servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute ist priest time jawohl wir haben heute das kommende t set des priesters am start in allen sechs farbvarianten und ich würde sagen wir gehen mal wieder alles durch gucken uns an was gut aussieht was vielleicht nicht so und bin mal gespannt ob sich die farbgebungen aus den anderen sets aus hier auch hier wieder spiegeln also wir hatten rot wir hatten grüne sachen wir hatten schwarz gold mal schauen ob sich diese set farben durch alle sets ziehen wie auch immer es gilt wir haben die sechs sets aus mythic hc normal lfr alles raid sowie pvp normal und elite set und noch mal damit keine verwirrung aufkommen ja man wird über mythic plus tokens auch ein set holen können bzw teile holen können aber da gehe ich mal stark davon aus dass die sich nach der optik des jeweiligen raid equivalents vom item level her orientieren und damit fangen wir an würde ich sagen habe es noch nicht gesehen das ist die erste version so und wie bei allen sets wir wissen noch nicht welches set jetzt mythic lfr und sonst was ist das wurde gedata meint das steht noch dran noch nicht mit dran tatsächlich hier das erste set also was wahrscheinlich oder was sehr wahrscheinlich im fertigen spiel besser aussehen wird sind hier diese glow effekte das sieht hier noch sehr sehr statisch aus ich denke das wird sich dann alles bewegen so ein bisschen und feiner aussehen was mich ebenfalls wundert beim hexenmeister set gab es ja beef wegen der kapuze die würde angeblich so aussehen wie eine ku klux clan kapuze aber auch hier die läuft schon nach oben hin ziemlich spitz zu wundert mich dass da noch keiner in shitstorm herbeigeredet hat künstlich aber gut sei es wie es ist die farbgebung naja ich mag das bronze hier das war auch schon auf anderen sets mit dran ich finde sogar die schultern für ein stoffset ziemlich cool dieses blau mit diesem was ist das grau weiß ich nicht das gefällt mir nicht ganz so gut aber ich finde es jetzt auch nicht super schlecht also es ist okay gucken wir mal was uns noch erwartet fünf sets haben wir ja nämlich noch und hier haben wir die nächste variante weiß grau weiß schwarz so in die richtung gefällt mir besser von der farbgebung her ich denke da kommen auch diese effekte her an der schulter dazu ganz cool und das zum beispiel so ein set weiß ich nicht ich finde das passt sehr gut zum healer holy oder diszi ist eigentlich wurscht aber ich finde das passt schon ganz gut generell muss ich sagen glaube ich ist dass das set wo ich bisher sagen würde wenn ich das passt vielleicht am besten zur klasse weil ich jetzt auch hier nicht sagen würde wenn ich das ding sehe oh das ist auch hundertprozentig priester das hatte ich bisher bei keinem so richtig aber hier ja könnte man es noch am ersten jahr an würde ich sagen ansonsten fällt hier sonst noch was auf wo ich auch nicht so ganz zufrieden mit bin bei allen sets sind ja irgendwie diese steine mit drin aber dass die fast immer den gleichen farbton haben weiß ich nicht glaube in vier von sechs sets sind sie fast immer grün oder so obwohl das teilweise halt gar nicht so wirklich zur optik passt manchmal sind sie dann rot das sieht ganz nett aus aber weiß ich auch hier grün finde ich jetzt nicht so super passend aber vielleicht ändert sich ja da auch noch was also okay das grüne set ist da wie auch bei anderen klassen bisher wie eigentlich bei jeder klasse und das finde ich also grün passt halt zum priester finde ich mal so überhaupt nicht und dann auch nicht hier so ein grasgrün ne da skippe ich auch direkt drüber weil das finde ich ist glaube ich das schlechteste von der farbgebung was ich bisher entdeckt hat und wenn sich jetzt wieder beschwert jemand ich wäre so negativ ähm entschuldigung dass ich meine freie meinung äußere lol und außerdem die leute die das design werden dafür bezahlt ich nicht und weiß ich nicht das ist weiß ich nicht nee das das finde ich passt gar nicht zum priester weiter geht's hier haben wir die farbgebung die sich auch bei allen klassen bisher widerspiegelt rot gold schwarz das gefällt mir ziemlich gut da bin ich auch mal gespannt wie hier dann dieser effekt aussehen wird oder was das hier an den schultern ist diese kästchen da ob das jetzt einfach nur eine schlecht auf schlechte auflösung für den screenshot ist von diesem partikel effekt oder ob das wirklich so drauf ist das kann ich mir echt kaum vorstellen weil das sehe ich komisch aus ja das ist auch so ein punkt hier finde ich ein bisschen schade ich finde es gut dass sich die sechs sets farblich voneinander unterscheiden der einzelnen schwierigkeitsgrade aber warum muss also alle farbschemen die wir jetzt hier oder schemata die wir jetzt hier haben haben die anderen klassen halt genauso in ihren sets und ich nehme mal an das weiß ich nicht jedes lfr set wird dann grün sein und jedes keine ahnung dass das mythic sein wird weiß schwarz gold sein warum müssen alle sets die gleichen farbtöne haben so das verstehe ich nicht so ganz daher die schooler gefunden hätte ich es cooler gefunden hätte man sich da ein bisschen mehr auf die beiden klassen eingelassen und damit halt einfach rumgespielt das war ja früher auch nicht so dass ich das mythic set aus eiskrona überall dieselbe farbe hatte beziehungsweise das hc set nächste farbe ist okay schwarz rot mit so ein bisschen grau blau ja ist okay und was haben wir noch zum abschluss das finde ich ganz cool tatsächlich schwarz gold weiß auch hier altbekannten farben wieder am start also ich gehe mal stark davon aus die werden dann bei den anderen klassen auch wieder kommen auch das grün das gefällt mir glaube ich am besten hier finde es passt sehr gut zum priester weiß gold assoziiere ich auch wieder mit holy dissi priest es wirkt sehr edel für ein stoffset finde ich wirklich die schultern echt ganz gut die sehen da mal etwas wuchtiger aus bin mal gespannt wie dieser nupsi dann hier oben auf dem kopf aussehen wird im fertigen spiel ob der dann auch glühen wird oder so und hier weiß ich nicht hier hätte ich dann zum beispiel bei goldene edelsteine oder schwarze hätte ich cooler gefunden als das grüne gedöns zwei einmal rot dreimal grün einmal rot vier mal grün einmal fünf mal grün also ihr seht die edelsteinfarbe ist bei fast jedem zelt gleich das finde ich ein bisschen schade glaube dass wir jetzt nicht so super schwer geworden die auch farblich am set anzupassen aber gut kann man nichts machen in diesem sinne sind wir durch mit dem priester set schreibt mir eure meinung dazu sehr gerne in die kommentare wobei auch ihr von den aktuellen sets nicht so super begeistert wart zuletzt dementsprechend ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten video habt ihr